Ich habe am Anfang sehr viel Zeit damit verbracht, mir selbst die ganzen Sachen anzuschauen, was natürlich auch notwendig ist. Man will ja auch nicht quasi komplett planlos zu euch kommen und ihr erzählt einem quasi einfach nur nochmal, was man sich auch hätte anschauen können. Beratung soll es auf jeden Fall werden für mich. Und dann, um eben zu den ganz großen Playern zu kommen, da sind natürlich auch die Prozesse ganz anders. Also ich habe das schon gemerkt. Ja, also wie du es schon sagst, es war eine sehr krasse Transformation in den letzten zwei, in den letzten drei Jahren. Hätte ich das alleine gemacht, wäre ich mit Sicherheit nicht da, wo ich jetzt bin. In dieser Progress-Story führe ich ein Interview mit Yannick Körn. Yannick ist damals am Ende seines Bachelorstudiums an der Hochschule Karlsruhe ins Coachen gekommen. Und man kann durchaus sagen, dass er zum damaligen Zeitpunkt ein sehr durchschnittliches Profil von einem durchschnittlichen BWL-Studenten hatte. Er hat an einer ganz normalen Fachhochschule studiert, hatte keinen besonders guten Notenschnitt, hatte irgendwie einen Zweiernotenschnitt, kein besonders gutes Abitur und auch keine nennenswerten Praktika. Mit uns hat er es geschafft, im Gap hier zwischen dem Bachelor und dem Masterstudium Praktika bei namhaften Unternehmen zu absolvieren. Hat dann eine Masterzusage für eine der führenden Business Schools in Europa bekommen und hat es dann geschafft, in dem Master ein Praktikum zu machen bei der Inhouse-Beratung vom Deutschen Bankkonzern, wo er dann so gut überzeugt hat, dass er auch ein Übernahmeangebot bekommen hat und jetzt nach seinem Masterstudium in der Inhouse-Beratung bei der Deutschen Bank eingestiegen ist. Das heißt, eine super starke Profiltransformation hat Yannick über die drei Jahre der Zusammenarbeit mit uns hingelegt und in dieser Progress-Story erfahrt ihr alles über seine Erfahrungen und wie er das Coaching genutzt hat, um damit auch bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Viel Spaß! Yannick, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend nach dem Arbeitstag noch die Zeit nimmst für die Progress-Story. Ja, sehr gerne, David. Lass uns mal anfangen, ein bisschen nochmal bei deiner Ausgangslage, als du damals zu uns ins Coaching gekommen bist. Beschreib mal. Das war am Ende von deinem Bachelorstudium, richtig? Ja, genau. Also ich bin im siebten Bachelor-Semester, also Ende siebtes Semester, zu euch gekommen. Und ich bin auf euch aufmerksam geworden, ich glaube durch eine Instagram-Ad, von euren Workshops, die ihr damals angeboten habt. Und ja, genau. Ich habe mir den dann angeguckt, hatte mit euch auch dann einen Termin im Anschluss, wo wir darüber geredet haben, okay, was will ich denn gerne machen, wie ihr mir da helfen könnt, ob ihr mir da helfen könnt. Genau, das war damals, wie gesagt, vorletztes Semester. Und dann habe ich bei euch angefangen, nebenbei Bachelorarbeit geschrieben und dann, ja, so langsam mal in die ganzen Infos eingelesen, ihr bereitgestellt habt und mit euch zusammen das Gapier geplant. Das war so das erste große Thema. Wie war die Ausgangslage bei dir? Also du warst im siebten Semester, du hattest acht Semester Regelstudienzeit. Wie war grob Abinote, wie waren grob die Noten im Studium? Was für Praktika hattest du zu dem Zeitpunkt gemacht? Okay, genau. Also meine Abinote war relativ durchschnittlich, also 2,4 war mein Abi damals. Und als ich zu euch gekommen bin, war mein Schnitt ebenfalls 2,4. Und ich hatte, also relevante Praktika hatte ich noch nicht gemacht. Wir hatten ein Praxissemester bei uns im Bachelor. Da war ich bei einer Marketingagentur, also Influencer-Marketing gemacht, war jetzt natürlich nicht sehr zielführend, war aber trotzdem interessante Erfahrung. Und ja, direkt danach im Anschluss bin ich zu euch gekommen. Okay, was war damals das Ziel? Also mit welcher Intention bist du ins Coaching gekommen? Genau, also ich war mir zu der meisten Zeit während meinem Bett stand auch relativ unsicher, wo ich eigentlich hingehen will. Und während dem Praktikum, das zwar nicht so relevant war, aber da habe ich ein paar Leute kennengelernt, die zumindest mal Consulting-Erfahrungen hatten und mit denen zusammengearbeitet. Und die haben da ein bisschen drüber erzählt. Da habe ich so für mich gesagt, okay, das könnte auch das sein, was für mich interessant klingt. Also die Art, wie die einfach gearbeitet haben, fand ich sehr cool. Und habe mir das so ein bisschen genauer angeschaut. Und damals kannte ich mich noch nicht wirklich aus. Also auch so bei mir in der Family hat niemand irgendwelche Erfahrungen in diese Richtung. Deswegen war es sehr schwer für mich da überhaupt so an Infos erstmal initial überhaupt zu kommen. Und mein Ziel war damals zu Big4 zu gehen, aber tatsächlich auch einfach nur noch so ein bisschen aus dem Hintergrund raus, dass ich noch nicht wusste, was überhaupt alles möglich ist, was man alles machen kann. Aber die Namen hatte ich schon während meinem Studium auch gehört. Das war bekannt, auch ein paar Leute, die da dann schon mal gearbeitet haben oder Praktikum gemacht haben. Deswegen, das war mal mein initiales Ziel damals. Okay, das heißt irgendwie zu irgendeiner großen Beratung in die Unternehmensberatung zu schaffen, aber jetzt noch kein genaues Verständnis darüber, wie der Markt genau aussieht, was für Player es dort gibt etc. Hattest du Inhouse-Beratung damals schon mal gehört? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe also generell von Beratungen ja, aber auch dadurch, dass ich, also ich war ja in der Hochschule in Karlsruhe, da waren auch nicht viele Leute einfach, die generell in diese Richtung gehen wollten. Also es gab ein paar auf jeden Fall, aber auch dadurch, dass ich noch nicht so richtig wusste, wo ich hin will, habe ich da auch nicht so immer so genau zugehört, was man alles machen kann. Und von den Leuten, die es gemacht haben, das dann vielleicht auch gar nicht so mitgekriegt. Okay, wenn du so überlegst, die ersten Wochen im Coaching, wie deine Erwartungshaltung war versus wie es dann so wirklich war in den ersten Wochen? Wie würdest du sagen, war das in etwa so, was du erwartet hattest? Waren irgendwie gewisse Sachen anders, als du erwartet hattest? Ja, also meine Erwartung war, ja, wie sage ich das am besten? Also ich wusste gar nicht so ganz genau, was es denn jetzt wird. Also ich war ja in dem Workshop dabei so, ich habe schon mitbekommen, okay, über welche Inhalte ihr sprecht und was auch wichtig ist und wozu ihr Informationen gebt. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, wie viel Wissen ihr jetzt mitgebt in den ganzen Videos. Von daher war ich am Anfang eher mal so, okay, auch dadurch, dass ich quasi ohne großes Vorwissen gestartet bin, dachte ich für mich, okay, alles, was ihr mir sagen könnt, wird mir auf jeden Fall helfen. Wie viel es dann am Ende geworden ist, konnte ich da noch gar nicht wissen. Aber ich bin sehr positiv daran gegangen, einfach so, okay, ich nehme jede Info, jede Info mit, jede Info wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Okay, und wie lange hat es dann gedauert bis zu den ersten, sage ich mal, greifbaren Erfolgen? Das ging tatsächlich relativ schnell. Also ich bin ja Ende vom siebten Semester zu euch gekommen. Also ich habe quasi parallel meine Bachelorarbeit geschrieben. Damals war auch noch während Corona. Da war dann eh nicht mehr viel mit Uni und mit sonst irgendwas eigentlich. Von daher hatte ich auch viel Zeit und habe dann quasi meine Bachelorarbeit geschrieben und parallel mal angefangen, mir die ganzen Videos anzuschauen. Und dann das Erste, was ich gemacht habe, war, die Unterlagen fortzubereiten und mal so einen Überblick verschaffen. Okay, hey, mit meinem Stand, wo ich denn jetzt bin, wo kann ich denn überhaupt hin? Oder was ist sinnvoll anzustreben? Und habe dann auch, nachdem ich so initial zwei, drei Wochen mir mal die Videos angeschaut habe und mal vorbereitet habe und auch in den ersten Calls war, dann angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Und ich glaube, nach zwei Monaten maximal kamen auch schon die ersten Antworten dazu. Die waren gemischt und natürlich viele Absagen, aber auch einige Zusagen. Und das hat einen natürlich dann schon mal sehr motiviert, dass man direkt gesehen hat, okay, es hat jetzt schon was gebracht, was man gemacht hat. Weil, also auch so die ersten Praktika hatte ich davor jetzt weder auf dem Schirm gehabt, noch direkt so für möglich gehalten, eigentlich so überhaupt. Von daher, das ging tatsächlich relativ schnell. Und dann hattest du deine erste Praktikum-Zusage auch direkt bei einer Big Four. Genau, also mein erstes Praktikum war dann für mein Gapier. Und das war bei KPMG im Audit. Also es waren noch ein paar andere Zusagen dabei, aber wir hatten uns dann damals zusammen dafür entschieden und das war so mit der erste richtige Berührungspunkt, würde ich mal sagen. Okay, und damalige, man muss sagen, Ausgangslage, keine Target-Uni, jetzt kein krasser Einserschnitt oder sonst was, sondern quasi das als erstes Gapier-Praktikum. Aber noch nicht im Consulting, ne? Nee, genau. Wie ging es dann weiter? Genau, also nachdem ich dann bei KPMG war oder während ich dort war, habe ich dann natürlich mich schon für die nächste Zeit beworben. Und das war dann im Anschluss, bin ich zur Commerzbank ins In-House-Consulting, also auch das erste Mal richtige Consulting-Erfahrung gehabt, auch die ersten richtigen Cases gehabt in den Interviews. Also davor war, also ich habe mich bei vielen Audit-Praktika beworben, da sehen die Interviews ja noch ein bisschen anders aus als im Consulting. Und da dann auch mal so die ersten richtigen Cases, also nicht nur geübt, sondern auch mal richtig in der Praxis gemacht. Ja, das war schon auf jeden Fall anspruchsvoller. Also man hat gemerkt, es war auf jeden Fall eine Steigerung da vom ersten Praktikum zum zweiten und dann genauso weiter. Wenn du vielleicht mal so ein bisschen beschreibst, wie konkret die Unterstützung von uns aussah, versus vielleicht, wenn du das mal vergleichst, du hättest es irgendwie alleine gemacht, irgendwie du hättest ein bisschen gegoogelt, wie du da so rangegangen wärst für die Planung von einem Gap, ja auch für die Bewerbungsphasen etc., dass die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so im Bilde sind, wie konkret es bei Pumpkin abläuft, dass man das so ein bisschen konkreter fassen kann. Ja, genau. Also als ich dann ins Coaching gekommen bin, es gibt quasi eine Single Source, wo ganz viele Video-Inhalte drin sind, wo ihr und die Leute, die mit euch zusammenarbeiten, eben zu jedem Thema, das relevant ist, um auf diese Stellen zu kommen, eben Video-Inhalte gibt, die man sich dann aber auch selbst aussuchen kann und selbst entscheiden kann, okay, was ist denn für mich relevant. Also will ich mich als erstes um die Noten in meinem Studium kümmern, geht es um meine Bewerbungsunterlagen, geht es um Interview-Vorbereitung, bin ich vielleicht schon einen Schritt weiter und mache mir gerade Gedanken, welche Master-Uni vielleicht die richtige ist oder Stipendien. Also es gibt sehr viele Informationen und wie gesagt, am Anfang, ihr habt auch ein bisschen Guidance gegeben, was natürlich Sinn macht, zuerst sich anzuschauen und wo man anfangen sollte. Das habe ich auch gemacht und dann aber auch einfach selbst so ein bisschen durchgearbeitet, was man jetzt gesehen hat, okay, ist jetzt vielleicht gerade, welche Soft-Skills ich im ersten Praktikum brauche, ist das jetzt für mich vielleicht gerade relevanter als Stipendien. Und da dann einfach so ein bisschen durchgegangen und ja, wie gesagt, es gibt ja auch jeden Abend zu jedem Thema einen Call, wo man mit den Leuten sprechen kann. Gerade am Anfang war ich sehr viel in den Calls, um einfach einmal alles mitzunehmen, weil ja auch alles neu war und man gerade am Anfang ja auch noch sehr viele Fragen hat. Gerade wenn man nicht sehr viel Hintergrundwissen hat, da eben abends immer noch dazugestoßen oder auch meine Unterlagen mal mitgebracht und gesagt, ja komm, lass uns doch mal zusammen drüber schauen oder mal ein Interview zusammen vorbereiten. Das waren so die ersten Themen. Hattest du dann ab und zu irgendwie Bedenken irgendwie, dass du vielleicht, wenn du dich mit anderen Teilnehmern verglichen hast, dass du denkst, oh, da sind Leute, die sind im ersten Semester und ich bin jetzt schon hier am Ende vom Bachelor. Schaffe ich das überhaupt noch? War das dann ab und zu bei dir ein Thema oder gar nicht? Ja, also natürlich auch so. Also gerade, wenn man dann reingekommen ist und auch auf dem Discord war und wo die Leute geschrieben haben, zum einen, was sie machen oder welche Praktika-Zusagen sie haben oder welche Uni-Zusagen oder generell die Profile einfach gesehen hat von den Leuten, die so dabei waren, da hat natürlich hat man sich mit den Leuten verglichen und da sind auch Leute, die natürlich noch ein viel geschärfteres Profil schon hatten als man selbst. Also da hat man sich selbst natürlich so ein bisschen drunter eingeordnet. Also ist ja auch einfach so gewesen. Andererseits fand ich es aber auch sehr angenehm. Also ich habe mit vielen Leuten auch einfach geschrieben gehabt und man hatte gemerkt, okay, die Leute sind halt trotzdem irgendwie super nahbar so und dem war das relativ egal, was für einen Hintergrund man hat. Und das hat es dann auch relativ schnell auch wieder aufgelöst, quasi so dieses Erste, okay, ist das jetzt, bin ich hier richtig quasi oder fühle ich mich hier richtig dazu quasi, ja. Okay, cool. Und dann hattest du quasi die Commerzbank-In-Haus-Beratungspraktikums-Zusage bekommen. Ging es dann schon langsam los mit der Masterbewerbung oder hast du erst mal das Gap hier mit Praktika voll geplant? Genau, also es ging schon los mit der Masterplanung. Parallels, also es war quasi Anfang 2022, naja, 2021 ging das Praktikum bei der, naja, halt, sorry, Anfang 2022 hat das Commerzbank-Praktikum angefangen und zu der Zeit habe ich mir dann auch Gedanken über, ja, die Master-Uni gemacht. Ich hatte damals... Lass uns vielleicht da nochmal neu anfangen, weil dann machen wir kurz eine Pause. Bleib ruhig, genau so. Aber dann machen wir einfach nur so kurz... Da kannst du einfach nochmal die Frage wiederholen. Genau, genau, genau. Ja, okay, dann machen wir so. Okay, das heißt, dann hattest du quasi da das Commerzbank-Praktikum gesichert. Ging es dann auch schon los mit der Masterbewerbung oder hast du dich erst um die Gap-Hear-Praktika, die die weiteren noch gekümmert? Nee, also das ist tatsächlich auch sehr parallel. Guck mal, hol ich das Mikrofon wieder so ein bisschen näher. Genau, perfekt. So, ja. Warte, ich frage nochmal, dann sind wir ready. Okay, und dann hattest du quasi dich auf, hattest du quasi das Commerzbank-Praktikum Zusage bekommen. Hast du dich danach dann auf weitere Gap-Hear-Praktika beworben oder kam dann auch die Masterbewerbung bei dir an? Nee, also es lief alles relativ parallel ab bei mir, also Anfang 22 ist mein Praktikum gestartet für die Commerzbank und ich hatte quasi einen Monat frei zwischen dem KPMG-Praktikum und dem Start vom Commerzbank und den Monat habe ich genutzt, um mir Gedanken zu machen über die Master-Uni, wo ich da hin will und natürlich auch, welches Praktikum dann danach noch anstehen könnte. Hast du für das Thema Masterbewerbung dann auch irgendwas von Pumpkin genutzt? Ja, auf jeden Fall. Also genauso wie zu den anderen Themen gab es da auch Video-Inhalte erstmal zu und auch Listen, welche Unis jetzt gerade im europäischen Raum denn relevant sind, wie die Rankings sind. Das war mir vorher auch alles gar nicht so genau bewusst, nur von Financial Time Ranking bis zu eurem internen selbst. Hab mir da mich einfach ein bisschen eingelesen, mir die ganzen Inhalte angeschaut und dann auch mal in den Calls gewesen mit Nuri. Nuri, genau, mit ihm einfach mal gesprochen, so was ich gerne machen würde. Für mich war vor allem wichtig, also neben, dass es eine sehr gute Business School wird, auch ins Ausland zu kommen. Ich wollte nach Corona auch einfach raus aus Deutschland und er hat, dann haben wir so, ja, sehr individuell quasi zusammengestellt, eine Liste mit zehn Unis, was es denn für mich werden könnte. Genau, und das war alles noch vor dem zweiten Praktikum. Vielleicht, wenn wir mal über das Thema Individualität sprechen, also wie hast du das wahrgenommen? Weil es gibt natürlich gewisse Videolektionen, gewisse Vorlagen irgendwie, die wir von uns zur Verfügung haben. Jetzt habe ich irgendwie, ab und zu hört man dann so, ja, dann hat jeder irgendwie genau das Gleiche irgendwie, jeder macht genau das Gleiche. Wie würdest du so die Individualität vom Coaching einordnen? Ja, also natürlich hat jeder dieselben Video-Inhalte zur Verfügung, das stimmt, und jeder kann auch auf dieselben Ressourcen zurückgreifen, also sowohl Video-Inhalte als auch die Calls mit euch, aber als auch quasi die Community an sich. Ich fände, das kommt halt ein bisschen selbst drauf an, was man damit machen möchte. Also ihr gebt quasi jedem alles an die Hand, was ihr wirklich brauchen könnt. Und die Leute, die noch mehr machen wollen und noch mehr wissen wollen oder in manche Themen noch tiefer rein wollen oder auch mehr Übungen brauchen, da muss man dann halt auch proaktiv quasi auf euch zugeben. Ihr bietet es an. Wie gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, für jeden Tag der Woche eigentlich sich zu melden und nachzufragen. Von daher kann man sich das schon sehr individuell raussuchen, welche Themen jetzt gerade für einen am relevantesten sind und euch dann einfach ganz direkt fragen einfach. Das ist relativ simpel und unkompliziert. Hast du vielleicht Tipps an der Stelle irgendwie für Leute, die mit ähnlichen Ausgangslagen wie du reinkommen, irgendwie auch für so eine GAPIA-Planung, Masterbewerbung, wie man da mit Pumpkin da das Maximum rausholt, wo du sagst, ey, vielleicht das hätte ich in den ersten Wochen, Monaten vielleicht noch besser machen können, wenn ich so zurück überlege. Da war ich vielleicht ein bisschen schüchtern am Anfang oder was auch immer. Ja, ja, genau. Also das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich habe am Anfang sehr viel Zeit damit verbracht, mir selbst die ganzen Sachen anzuschauen, was natürlich auch notwendig ist. Man will ja auch nicht quasi komplett planlos zu euch kommen und ihr erzählt einem quasi einfach nur nochmal, was man sich auch hätte anschauen können. Nichtsdestotrotz war ich gerade so in dem Community-Bereich, also gerade auf dem Discord und auch mit den anderen Leuten, da hätte ich früher und auch mehr mit den Leuten auch einfach mal interagieren können, mal öfter mit Leuten schreiben, die vielleicht an der Uni war, die mich gerade interessiert, hinzugehen oder die Praktika gemacht haben, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo ich gerne wäre. Also früher quasi die anderen Leute, das Netzwerk einfach noch mitzunehmen, das wäre so das, wo ich früher hätte mit anfangen können auf jeden Fall und hätte einem vielleicht noch so ein, zwei Tipps mehr ergeben. Okay, das heißt, dann hast du, wenn wir wieder auf die Masterbewerbung zurückgehen, dann hattest du quasi mit dem Nuri in dem wöchentlichen Mastercall besprochen, individuell ausgearbeitet, auf welcher Masteruni soll ich mich bewerben? Wie macht das Sinn und wie bewerbe ich mich da am Ende des Tages? Ja, genau. Also als erstes sind wir erstmal durchgegangen, okay, was sind denn meine Interessen, wo möchte ich hin, wo komme ich her, was kommt da überhaupt in Frage, was sind auch meine Präferenzen für die Uni, wie gesagt, ins Ausland zu gehen, war auch mit sehr wichtig für mich damals einfach. Und dann haben wir eine Liste mit zehn, zwölf Unis erstellt gehabt und dann sind wir aber auch da durchgegangen, okay, wie laufen denn die Bewerbungsprozesse bei diesen einzelnen Unis ab, worauf muss man achten, wie müssen die Anschreiben für die Unis aussehen, sollte man vielleicht den Lebenslauf nochmal anpassen, manche Sachen erwähnen, manche Sachen weniger Gewicht zuordnen. Das waren dann auch die Sachen, die wir durchgegangen sind und auch dann, okay, macht es Sinn, sich für ein Stipendium noch an der Uni zu bewerben oder eher nicht. Okay, und dann hast du damit quasi deine Unterlagen erstellt, hattest du eine gewisse Anzahl an Masterunis, wo du dich beworben hast und bei der Katholika hat es dann am Ende des Tages recht schnell geklappt. Ja, genau. Also ich habe mich dann bei den zehn, zwölf Unis beworben. Es kamen einige Absagen, auch einige Zusagen raus und ich hatte schon meine Prioritäten gesetzt, so was es sein sollte und für mich war Lissabon generell ganz oben gestanden und als die Katholika dann die Zusage mir geschickt hat, also ich war auch super happy einfach und wusste so, okay, jetzt geht es nach Lissabon, nächstes Jahr wird auf jeden Fall spannend werden. Ja, genau. Und dann kam noch ein Praktikum im Gapier. Ja, genau. Also die Bewerbungsphase für den Master lief ja parallel zu meinem Commerzbank-Praktikum ab und da nebenbei habe ich natürlich auch schon mich beworben für das Praktikum da drauf. Bin dann am Ende bei EY Partenorm gelandet, im Turnaround und Restructuring, also auch mit Fokus auf Finanzdienstleistungen, also hat mich einfach schon interessiert gehabt, schon davor auch ein sehr, sehr interessantes Praktikum. Ich habe viel mitgenommen, tatsächlich auch meinen zukünftigen Mitbewohner in Lissabon da kennengelernt, also wir waren da zusammen im Praktikum, auch bei Pumpkin. Ja, genau. Und dann habt ihr, habt ihr, achso, okay, das heißt, ihn kanntest du auch von Pumpkin und ihr war zusammen im Praktikum? Ja, genau. Also ich kannte ihn vorher nicht, also wir haben uns im Praktikum kennengelernt so und dann auch hast du gefunden, okay, wir sind beide hier so und wir gehen auch beide an die Katholiker. Ja, das war ein glücklicher Zufall. Ja, okay, das ist natürlich schon ein ordentlicher Zufall, aber ich glaube, so geht es einigen Leuten zwischen die Praktika, vor allem bei den größeren Landen machen. Ja, irgendwie ist es dann doch ein kleiner Kreis so, also man sieht sich dann trotzdem überall irgendwie. Okay, und dann hast du das Praktikum bei EY Partenorm gemacht, dann bist du an die Katholiker für den Master gegangen. Wie lange geht der Master typischerweise? Also der Master geht insgesamt drei Semester, also zwei Semester Vorlesungen und dann noch ein Semester, in dem er nur die Master-Thesis schreibt. Ich habe noch ein Auslandssemester gemacht, also das steht jedem frei, ob man das machen möchte oder nicht. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Dementsprechend ging dann mein ganzes Studium zwei Jahre. Also ich bin jetzt im Sommer quasi fertig gewesen. Okay, und dann zu Beginn vom Master bist du dann, glaube ich, auch irgendwann von der Masterclass in den Consulting-Track gewechselt. Ja, genau. Was war da die Intention? Kannst du das vielleicht auch mal ein bisschen... Genau, also dadurch, dass ich ja dann auch schon ein sehr starkes Praktikum hatte im Gap hier, mein letztes bei EY Partenorm, und wusste, okay, irgendwo ist es natürlich auch so ein bisschen begrenzt, mit was man machen kann, mit dem Background, den ich noch hatte. Da, also ihr habt es ja dann genau angeboten mit dem Consulting-Track, also wo man einfach noch ein bisschen tiefer in die Themen reingeht, noch ein bisschen mehr Input kriegt zu Interview-Vorbereitungen, wie es abläuft, worauf man sich da, worauf man eben achten muss, also einfach nochmal ein bisschen verschärft, weil, also ich wusste ja schon, okay, Beratung soll es auf jeden Fall werden für mich. Und dann, um eben zu den ganz großen Playern zu kommen, da sind natürlich auch die Prozesse ganz anders. Also ich habe das schon gemerkt von meinem Interview-Prozess von der Commerzbank zu EY Partenorm und ich wusste, okay, je weiter man hinaus will, umso härter wird es natürlich auch. Genau, und eben da nochmal zusätzliche Inhalte, ein bisschen noch persönlich, nicht persönlich, aber individuellere Betreuung noch einfach, noch ein bisschen mehr Zeit dafür hat, weil es eben auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Okay, und dann, wie lange hast du dich dann auf da die, die noch höheren Case-Interviews vorbereitet und wie lief dann die nächste Bewerbungsphase ab für dein Praktikum im Master? Also die Bewerbungsphase beziehungsweise Vorbereitungsphase ging so gegen Ende des ersten Semesters los. Ich habe natürlich dort dann auch noch, schon noch mehr Leute kennengelernt, die einfach auch in dieselbe Richtung wollen. Das heißt, es war sowieso einfach mehr im Raum gestanden, als vorher das der Fall war. und man hat dann auch einfach schon mehr mitgekriegt dort. Die Bewerbungsphase selbst, wie gesagt, ging auch Ende erstes Semester los, gerade so über die Weihnachtszeit, hatte ich einfach sehr viel Freizeit und habe mich eben intensiver dann vorbereitet, auch noch die Deep Dives in der, nicht in der Masterclass, aber eben im... Industrie-Deep Dives vielleicht auch? Ja, genau. Also einfach, damit man auch ein breiteres Wissen hat dafür einfach, weil auch einfach andere Sachen gefragt werden, aber eben auch noch mal ein bisschen intensivere Interview-Vorbereitungen gemacht, noch mal vermehrt noch mal in Calls gegangen, was man so über das erste Semester und auch nach dem letzten Praktikum ja nicht mehr regelmäßig gemacht hat. Also da quasi noch mal aufgefrischt und aber auch mit Leuten noch mal intensiver gesprochen, die eben auch im Track waren und die eben ähnliche Praktika gemacht haben oder zumindest mal das Vorhaben, ähnliche Praktika noch zu machen, auch bei uns an der Uni, da so ein bisschen, ja, connected zusammen, ein bisschen zusammengesetzt und ja, dann eben da halt noch mal intensiv rein, um über die Jahreswende die Bewerbung auch rauszuhauen. Okay, da hast du Bewerbung abgeschickt und am Ende des Tages unter anderem bei den Ausberatungen vom Deutschen Bankkonzern eine Zusage auch gekauft. Ja, genau. Es war eine der Zusagen. Ich war ja vorher schon bei der Commerzbank, also Inhouse-Beratung bei einer Bank kannte ich schon und es hat mir auch sehr gut gefallen bei der Commerzbank. Also bis dahin war, das fand ich das beste Praktikum, was ich gemacht habe oder das, was mir am meisten gelegen hat, sagen wir es mal so. Und von daher hat es mich dann interessiert, okay, das einfach mal noch bei einer noch größeren Bank zu sehen, einfach mit noch interessanteren Themen, noch ein bisschen weiter verzweigt, auch im Ausland, auch Projekte mit den Teams, die im Ausland sitzen, also nicht nur deutschlandweit. Das war so der Grund für mich, dann zur Deutschen Bank zu gehen, ja. Und das hat dir scheinbar sehr gut gefallen, wenn du jetzt auch eingestiegen bist. Ja, absolut. Also es ist ein Megateam. Die Leute sind sehr smart, die Leute sind super korrekt. Das macht wirklich Spaß, mit denen zu arbeiten. Die Arbeitszeiten sind auch nicht ganz so schlimm wie in der externen Beratung. Also das geht wirklich auch. Und ja, die Projekte sind spannend. Mir gefällt es richtig gut dort. Das freut uns sehr, 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 sehr. Da hatten wir gerade vorab schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich sag mal, wenn man das jetzt mal überlegt, also jetzt an der Hochschule Karlsruhe, irgendwie zwei Dreier, zwei Vierer Schnitt, würde man jetzt nicht unbedingt denken, oder ist jetzt nicht so naheliegend, dann zum In-Haus-Beratung von der größten deutschen Bank zu kommen. Aber es hat am Ende des Tages in was, in einer Zeitspanne irgendwie in zwei Jahren? Ja, knapp zwei, zweieinhalb Jahre so. Das ist halt echt das Coole, wenn man irgendwie auch dann ein Gap hier nutzen kann, so ein Turnaround zu machen oder so eine, ich sag mal, Profiltransformation hinzulegen, wenn man das gut exekutet. Ich bin jetzt auch gerade im Kopf so die Unternehmen nochmal durchgegangen. Da hat man ja auch wirklich nach jedem Praktikum eine echt richtig starke Steigerung auch vom Anspruch etc. mitgenommen. Wenn du so überlegst, ich glaube, die Frage hatte ich vorhin schon so mal gestellt, wenn du das jetzt irgendwie alleine angegangen wärst, an was für Stellen, glaube ich, wäre es für dich ziemlich schwierig gewesen? Ja, also wie du es schon sagst, es war eine sehr krasse Transformation in den letzten zwei, in den letzten drei Jahren. Hätte ich das alleine gemacht, wäre ich mit Sicherheit nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich bin euch auch super dankbar dafür. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich glaube, also hätte ich mich alleine darum kümmern müssen, wäre es zum einen vermutlich schwierig gewesen, initial diese ganzen Informationen zu bekommen. Also einfach so dieses Grundverständnis aufzubauen. Okay, deine Noten sind wichtig, aber auch deine Praktika, die du machst, sind wichtig. Du kannst dich nicht einfach überall bewerben. Also dass es da einfach gewisse Abstufungen gibt. Und eben diese ganzen Themen drumherum, die noch dazukommen. Also für mich hauptsächlich Interview, Vorbereitung und Bewerbungsunterlagen. Das war so das, wo ich mit dem meisten Mehrwert auch einfach draus gezogen habe und wo ich mir sicher wäre, dass man das so nicht gefunden hätte. Also klar, man kann sich einlesen, man kann natürlich auch die Cases irgendwie alleine durchgehen und sich YouTube-Videos angucken, aber das so wirklich, wie es dann auch ist, zu üben, sowohl mit euch, mit den Coaches, als auch mal mit anderen Teilnehmern, das hat schon sehr viel gebracht und auch, wie gesagt, dass man so die Leute hat, die man auch einfach direkt fragen kann. Das ist so das. Also es ist sehr einfach erreichbar. Und ich glaube, es hätte halt deutlich mehr Zeit gebraucht und vermutlich nicht dieselbe Qualität an Informationen am Ende bereitgestellt. Wenn du so überlegst, Leute hören zu, oder was sind so Sachen, die du vielleicht auch gerne über Pumpkin vorab gewusst hättest? Was sind so Sachen, die man vielleicht wissen soll, die man so als Außenstehender nicht so über Pumpkin dann eben auf dem Schirm hat? Ja, also, was für mich wichtig gewesen wäre, zu wissen vorab, also es ist ja schon ein sehr großes Netzwerk, eine große Community, die bei Pumpkin dabei sind, aber auch, dass man weiß zum einen, dass man trotzdem ganz individuell auf seine Wünsche, auf seine Probleme, dass es auf einen zugeschnitten ist, dass man da eben genau die Hilfe findet, die man auch braucht, wenn man eben diese Ziele hat und aber auch, dass die Leute trotzdem sehr offen sind. Also es ist natürlich sein eigenes Netzwerk, aber es sind einfach im Endeffekt natürlich auch ganz normale Leute, die man auch fragen kann, die einem gerne helfen, die auch sehr hilfsbereit sind, die gerne ihr Wissen teilen und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Plus. Hast du dir an einer Stelle vielleicht auch im Master irgendwie, als es dann losging, auch mal so überlegt, vielleicht kündige ich meine Mitgliedschaft und mache jetzt die letzte Bewerbungsphase alleine beziehungsweise warum hast du das nicht gemacht, sondern hast dich dazu entschlossen, sogar nochmal dann auch in den Track reinzuwechseln? Genau, also für mich persönlich war es so, ich war einfach durch meine Ausgangslage her gar nicht sicher, wo kann es denn überall hingehen und ich wollte so hochkommen, wie es mir eben möglich ist und da dachte ich, für mich, ich nehme da jede Information, jede Hilfe, die ich kriegen kann und die ihr ja auch angeboten habt und da habe ich gesagt, okay, ich weiß natürlich jetzt schon deutlich mehr als noch vor meinem Gap hier oder bevor ich meinen Master angefangen habe, aber es gibt immer viele Sachen, die man nicht weiß und eben, wie gesagt, gerade in den späteren Bewerbungsrunden wird es halt nochmal ein bisschen intensiver und natürlich auch die Leute, die sich darauf bewerben, also die Konkurrenz ist auch einfach nochmal deutlich stärker und sich dann auch von den Leuten so ein bisschen abzusetzen, ja, da hilft halt manchmal, sind es halt wirklich Kleinigkeiten und die waren eben gegeben durch den Track. Und du wolltest dann quasi kein Risiko eingehen, dass es am Ende irgendwie doch nicht läuft, dass du dann überlegst, wie weit hätte ich es vielleicht schaffen können, hätte ich Vorteile gehabt, die vielleicht andere auch irgendwie haben. Genau, genau, also ich, wie du sagst, ich wollte es jetzt nicht bereuen, dann irgendwie drei, vier Monate früher rausgegangen zu sein, klar, dann hat man sich vielleicht ein bisschen Geld gespart, es steht aber dann, also für mich zumindest stand es in keinem Verhältnis dazu zu den möglichen Gewinnen, die man eben haben kann und von daher war das für mich eigentlich keine große Überlegung, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht und möchte ich auch genauso nochmal machen. Das freut uns sehr zu hören, aber ich meine, das ist auch der schönste Erfolg, wenn die Leute auch wirklich erfolgreich sind, einen coolen Berufseinstieg schaffen und ich glaube, dass dann auch für eine Firma wird die Deutsche Bank ein großes Asset, weil man ja dadurch auch deutlich mehr, sag ich mal, sonst hätten sie jemanden mit deinem Background wahrscheinlich gar nicht bekommen, weil du dich gar nicht erst getraut hättest, dich zu bewerben und du hättest gar nicht gewusst, wie schaffe ich es da hin und jetzt kannst du dort arbeiten, deine Mehrwerte dort einbringen und auch, sag ich mal, das ist ja dann grundsätzlich wahrscheinlich schon einen leicht diverseren Hintergrund als einige andere, oder? Was ja auch nochmal viele neue Blickwinkel für so einen Arbeitgeber dann mit einbringt. Ja, absolut. Also da hast du recht. Also ohne, wäre ich damals nicht in den Workshop von euch gekommen, dann wäre es mit Sicherheit nicht so gelaufen, wie es jetzt ist. Von daher auf jeden Fall mega gewesen und du hast natürlich auch recht. Also ja, also ich kenne jetzt niemanden von den Leuten, die dort sind, die an der Hochschule waren oder vielleicht an der Hochschule, aber dann halt an einer wirklich guten Hochschule, RWTH oder in die Richtung, aber jetzt nicht zwingend von der Hochschule Karlsruhe kommt. Von daher, ja. Aber man hat ja auch in den drei Jahren wirklich viel dran gemacht. Absolut. Würdest du, was wären so Punkte, wenn du vielleicht nochmal abschließend irgendwie an Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hey, ich sehe mich in einer sehr ähnlichen Ausgangslage wie der Yannick damals irgendwie studiert, auch in der Mitte, Ende von meinem Bachelor, jetzt auch nicht so eine bekannte Uni oder nicht so eine bekannte Hochschule. Bisher bin ich recht durchschnittlich unterwegs, aber ich habe jetzt irgendwie schon nochmal Bock anzugreifen. Was wären so Takeaways basierend auf deinen eigenen Erfahrungen, wo du sagst, okay, das kann ich euch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich da irgendwie wieder sehen, irgendwie so mitgeben? Ja, also zum einen, finde ich, sollte man keine falsche Scheu haben, sowohl Leute, um Hilfe zu fragen, als auch, ja, sich zu informieren oder mal Leute anzuschreiben, einfach, wo man denken würde, okay, von den Leuten könnte ich was lernen. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema, dass man wirklich auch Leute fragen sollte, die auch Ahnung davon haben, weil ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die natürlich gesagt haben, ja, nee, so nach dem Motto, okay, das wird eh nichts oder das macht keinen Sinn, das zu machen, mach doch lieber das so und das waren halt am Ende Leute, die eigentlich gar nicht da sind, wo ich hin wollte und man hat trotzdem irgendwie auf diese Ratschläge gehört. Man hätte einfach die Ratschläge nehmen, sondern von den Leuten, die halt eben auch wissen, wissen, woran sie sind und wo man selbst hin möchte. Von daher, auf jeden Fall das und was man halt auch wissen muss, es ist natürlich schon ein gutes Stück Arbeit, das gehört halt einfach mit dazu. Ich meine, wenn man da hin will, so man kennt die Arbeitszeit, man weiß, wie intensiv es ist, deswegen würde ich mal schätzen, dass da jetzt niemand die Arbeit groß scheut, aber auch dahin zu kommen erstmal ist schon ein gutes Stück Arbeit, auch einfach, wo man auch sehr selbst diszipliniert sein muss, sich um die ganzen Themen zu kümmern, weil man sich halt im Endeffekt halt auch um sich selbst kümmern muss. Auch mit Pumpkin, also auch mit uns muss man irgendwie Zeit reinstecken, Arbeit reinstecken. Absolut. Also ihr schreibt ja auch nicht meine Unterlagen für mich, sondern ihr korrigiert die für mich und sagt mir, wie es gut auszusehen hat und auch die Interviewvorbereitung muss man viel selbst machen, bis man dann, ja, mal ein richtiges Mock-Interview zusammen hat. Ja, also es ist auf jeden Fall viel zu tun. Ich muss aber auch sagen, es ist auf jeden Fall machbar, also in dem Studium parallel dazu. Ich habe auch meinen Werkstudenten-Job gehabt. Also natürlich ist es viel Arbeit, aber auf jeden Fall auch schaffbar. Also es ist nicht so, als wäre es so ein Riesenberg vor allem. Man geht es einfach so Stück für Stück an und dann kann man dahin kommen, was man sich vorgenommen hat. Ja, Nick, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr coole Inspiration und Motivation. Das freut uns immer sehr, so ein Feedback dann auch hier zu bekommen. Wenn es irgendwie Leute gibt, die sich in einer ähnlichen Ausgangsjag wie du wiederfinden, meinst du, die können dir auf LinkedIn mal eine Nachricht schreiben? Ja, easy, easy, natürlich. Also super gerne, wenn die Leute noch Fragen haben zu Pumpkin, zu mir, zu irgendwas, gerne her damit. Wie gesagt, wir sind alle super offen, wir helfen alle den Leuten gern, keine falsche Scheu. Ja, das war vielleicht noch so ein Punkt so Pumpkin-Netzwerk. Du hast gesagt, du hast deinen Mitbewohner in Lissabon durch Pumpkin oder durchs Praktikum kennengelernt, war doch beide bei Pumpkin. Hast du sonst irgendwie in Pumpkin auch mal Leute so getroffen irgendwie? Oder wie hast du dich mit Leuten connected? Wie hast du so das Netzwerk genutzt? Genau, also viel ursprünglich durch den Discord, also mit den Leuten geschrieben, so, hey, wollen wir mal ein Case zusammen machen? Oder, hey, du warst doch mal da, hast du irgendwie ein, zwei Tipps? So hat man am Anfang das erste Mal mit den Leuten geschrieben. Und, wie gesagt, also, ich kenne auch jemanden, der auch bei Pumpkin war, der jetzt gerade das Praktikum bei der Deutschen Bank gemacht hat. Und wir haben auch viel geschrieben, auch einfach so zu Uni-Themen, wie hast du dich auf Klausuren vorbereitet? Aber, wie gesagt, also initial auf jeden Fall durch den Discord. Hier und da war natürlich auch mal ein Event dabei. Und natürlich, wenn man an den Unis ist, an den Business Schools, wo die Leute sowieso das Ziel Consulting und Investment Banking haben, man kommt auch ganz natürlich einfach mit den Leuten in Kontakt. Das ist natürlich nicht das Erste, was man jetzt sagt, wenn man jemanden kennenlernt, irgendwo so, ah ja, hi, und ich bin übrigens auch bei Pumpkin, sondern das kommt auch einfach so ganz organisch zustande und man ist vielleicht auch überrascht, wie viele Leute es tatsächlich dann sind, weil es doch auch eine kleine Bubble ist. Ja, also ich glaube, Katholiker einige, aber vor allem an der Nova, ich glaube, da kannst du keine zehn Schritte machen, ohne irgendwem von Pumpkin über den Weg zu laufen. Absolut. Gut, absolut. Also da natürlich noch mal mehr an der Katholiker, aber auch, ich glaube, ja, auch überall, auch, wo man die Praktika gemacht hat, es war eigentlich immer jemand dabei, auch als ich mein Praktikum letztes Jahr bei der Deutschen Bank gemacht habe, war auch jemand von Pumpkin noch da, also, ja, überall. That's how it's supposed to be. Yannick, vielen, vielen Dank für deine Insights. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, dann meldet euch sehr gerne auch beim Yannick auf Link, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben, wenn sich jemand in einer ähnlichen Aussage wiederfindet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch euer Vertrauen schenkt, wenn ihr euch einfach mal über unsere Webseite einträgt, dann schauen wir uns einfach mal an. Wie gesagt, wenn wir merken, hey, das macht vornhin keinen Sinn irgendwie, können euch nicht helfen bei euren Zielen, geben wir da euch auch sehr gerne natürlich dazu das Feedback, aber wenn wir merken, hey, da kann man noch gut was machen, wir schauen einfach, dass wir das Maximum mit euch nochmal über ein, zwei, drei Jahre rausholen, wir schauen einfach, dass man so hoch wie möglich nach oben kommt und ihr habt da auch die Motivation, und ihr habt da auch den Willen, dran zu arbeiten, dann würde uns das sehr freuen und ich glaube, Erinnig ist da ein super Beispiel, dass wenn man da weiß, wie man vorgeht, dass wenn man dann auch die Arbeit reinsteckt und vielleicht ein ganz kleines bisschen Glück auch dabei hat, dass man dann auch wirklich eine mega, mega starke Profiltransformation hinlegen kann und ich meine, am Ende des Tages, der Berufseinstieg ist so entscheidend für den Verlauf der restlichen Karriere und durch die, im Studium hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, in super kurzer Zeit da seine Ausgangslage massiv zu verbessern. Absolut, absolut, hast du voll und ganz recht, also wenn es euch interessiert, schreibt mir gerne, gar kein Problem, ja, ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin, liebe Grüße aus Frankfurt, macht's gut.